So, die Kleinen erstmal. Jetzt haben wir drei junge Teilnehmer, die gerne noch was sagen möchten. Hallo, ich bin Elias und ich stehe für den Frieden in der Welt. Und ich finde es doof, dass so viele Leute, jeden Tag unschuldige Leute in der Welt sterben müssen, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Und ich finde den Krieg doof. Hallo, ich bin Abu. Ich stehe auch für den Frieden. Und wie Elias schon gesagt hat, mag ich es nicht, dass unschuldige Leute einfach sterben. Und ich frage mich eigentlich auch, warum solche Leute das einfach nur machen. Ich möchte nicht, dass es so einen Krieg gibt. Und ich bin Juji. Und ich wollte nur sagen, dass Krieg ist doch einfach nur bekloppt. Danke schön, ihr drei. Ja, so denken Kinder. Und so denken auch Menschen. Es sind nur die Regierungen, die nicht so denken. Und die dann die Menschen in den Krieg schicken, damit die Eltern von solchen Kindern ihr Leben lassen müssen. Und dafür stehen wir hier jeden Montag, damit das aufhört, damit das Menschliche wieder zählt. Und nicht mehr das, was die Regierungen wollen, mit ihren Machtkämpfen, mit ihren Geldkämpfen. Und dann kann ich Nem�, mit ihren Geldkämpfen, mit ihren Geldkämpfen um einmal so Break. Vielen Dank.